Ja, also ich wünsche euch einen angenehmen Abend, Sonntagabend, zur heutigen Predigt. Ja, ein wunderschönes Wort, habe ich mir gedacht, passt sehr gut in der heutigen Tageslosung aus Jesaja 6, Vers 3. Heilig, 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 ist der Herr's Heberhut. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ja, ich erinnere mich noch gut in den Landeskirchen, da wird auch mal so ein Lied dafür gesungen. Ähm, naja, aber das muss man sich wirklich mal verinnerlichen, was genau das bedeutet. Heilig, 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 ist der Herr's Heberhut. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dann der Lehrtext dazu aus dem 1. Petrus 1, Vers 15. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, lieber Vater im Himmel, gepriesen bist du, Gott Israel. Ja, jetzt. Herr Jesus, segne. Alle, die zuhören, segne. Auch die, die dann bei YouTube dann zuhören, Herr. Gib mal wirklich das zu reden, was ich reden soll. Herr, erbarme dich. Lasse dein Wort in unsere Herzen aufgehen. Amen. Nun, was heißt denn eigentlich das Wort heilig? Das ist doch die erste mal wirklich entscheidende Frage. Was ist denn heilig sein? Nun, eigentlich ganz einfach. Übersetzt einfach heißt es nichts anderes als wie ausgesondert sein. Man ist ausgesondert für Gott. Gott ist nicht so wie wir Menschen, sondern er steht über allem. Er ist der Herr. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, des ganzen Universums. Wisst ihr eigentlich, was das Wort Universum auf Deutsch heißt? Das ist interessant. Die Leute nehmen diese, selbst die ungläubigen Menschen, die nehmen diese Worte in den Mund und wissen gar nicht, was es eigentlich heißt. Sie bestätigen damit ihre eigene Schuld. Denn das ist das, was dann in dem Römerbrief da steht. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht gedankt. Wisst ihr, das Wort Universum, was heißt das? Uni kommt von 1, Uno, 1. Vers von Wort. Vers, ein Vers, ein Wort, aus ein Wort. Ein Wort. Aus einem Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und er sandte sein Wort. Ja. Sie reden quasi das, ohne zu wissen, was sie reden. Und wir sollen auch heilig sein. Wir sollen ausgesondert sein. Ausgesondert für Gott. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wie Jesus sagt, ihr seid nicht mehr von der Welt. Wir sind gesandt wie Schafe inmitten unter den Wölfen. Wir sind nicht mehr von der Welt. Ich habe das am Anfang früher immer gerne verglichen. Wir sind so wie, wenn jetzt der menschliche Körper eine Wunde hat und da kommt jetzt Schmutz hinein. Dann fängt es an zu eitern. Der Körper versucht, diesen Schmutz hinauszudrängen. Und so ähnlich verhält sich die Welt mit uns. Jesus hat gesagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Es ist ganz klar, die Welt hasst uns um seine Willen. Um seine Wegen. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hassen tut. Und das ist so. Sie versucht uns hinaus zu stoßen. Aber das geht halt nicht. Denn wie hatte doch Gott zu Mose einst gesagt, als er auf dem Berg hinaufstieg? Ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig Land. Und überall, wo wir, wo wir, die wir zu Gott gehören, die wir ein Teil des Leibes Christi sind, unsere Füße hinstellen, ist heilig Land. Das müssen wir uns einfach mal vergegenwärtigen. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Also, fangen wir am besten an mit dem Jesaja. Jesaja 6 war das, ne? Ab Vers 3. Und ich habe dann hier das mal herausgezogen. Im ersten Todesjahr des Königs Usaja sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Und zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Das ist nämlich das, was Sebaoth heißt. Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Er ist der Schöpfer von allem. Die Menschen haben Angst vor so vielen. Vulkane. Aber wer hat die Vulkane erschaffen? Wer hat die Berge erschaffen? Wer schafft den Regen? Wer schafft den Schnee? Wer hat die Meere erschaffen? Alles Gott. Die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Gott ist allmächtig. Der Herr ist allmächtig. So. Da sprach ich. Wehe mir, ich vergehe. Wisst ihr, woran dieses Wort schon erinnert? Hat doch Gott zu Mose gesagt, niemand kann mich sehen und erlebe weiter. Warum? Hier steht die Antwort. Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den Herrn der Herrscharen gesehen. Weil wir Menschen voll Sünde sind. Und wenn auch vielleicht in vielen anderen Taten nicht so, aber in Worten doch sehr oft. Wie oft lügen Menschen. Wie oft sagt man Dinge, die einem dann hinterher doch bereuen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Blut, Schmerz, Blut. Wie auch geschrieben steht, ohne Blutvergießen gibt es kein Vergeben der Sünde. Ja. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Hier bin ich, sende mich. Und er, der Herr, sprach, Geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immerzu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für seine Heilung findet. Also bis dahin erstmal. Israel ist verstockt worden. Wie auch damals der Pharao. Und wenn wir uns anschauen, wie es in der heutigen Zeit abläuft, auch dieses gibt es auch in der heutigen Zeit, wo ganz viele Christen abgefallen sind. Und auch in der Corona, jetzt auch mit dem Krieg und all diese Dinge. Wisst ihr, diese Verstockung, das sehen wir dann, und zwar das hat, das hat dann der Apostel dann gesagt, über die Endzeit, über die ganze, schlussendliche Endzeit. Da heißt es dann, und weil sie die Liebe zur Wahrheit verlassen haben, also die Liebe zur Wahrheit verlassen haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesendet, damit sie dann der Lüge glauben und deswegen dann verloren gehen. Und das heißt an anderer Stelle, sie haben, sie haben, ja, sie sind den Dingen nachgefolgt, nach denen es in ihren Ohren juckt, Fabeln sind sie hinterhergelaufen. Und das ist halt ganz fatal. Wisst ihr, versucht euch mal, das irgendwie als Herzensgebet für euch immer mit reinzunehmen, wie ihr das zuhört. Dass ihr das immer wieder, auch immer wieder, vielleicht täglich oder so, betet zum Herrn, Herr, vergib mir, wo ich die Liebe zur Wahrheit verlassen habe. Und, Herr, schenke mir die Liebe zur Wahrheit. Schenke mir, dass ich die Wahrheit lieb habe. Dass ich dein Wort lieb habe, dass ich die Wahrheit lieb habe. Schenke es mir, Herr. Und gib mir die Kraft, darin zu wandeln. Versucht es auch für euch zu beten. Das ist so wichtig. Gerade auch in der heutigen Zeit. Und das ist halt so die Situation. Das lesen wir dann hier aus dem, ähm, genau, so im Alten Testament, in Jesaja 6. Da heißt es ja, warum ist das passiert? Und er sprach, geh hin und sprich zu dem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Also damals die Pharisäer, sie haben immer gehört, alles, alles gehört, aber sie haben es nicht verstanden. Ihr seht immerzu und erkennt es, erkennt es nicht. Das hat Jesus ihr denn damals auch vorgeworfen. Er hat gesagt, ihr habt, äh, und dann kommt aufgrund dessen, weil sie das so machen, kommt dann ein Urteil. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Was für ein Das ist die Ursache, warum letzten Endes dann auch die Pharisäer auch dann den Herrn abgelehnt haben und überhaupt die meisten im Volk Israel abgelehnt haben und dann auch in die Verbannung geschickt wurden und auch das bezieht sich dann auch über die ganze Welt hinweg. Das hat dieses Wort Und dann sagt dann der Prophet Und ich fragte, wie lange her? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer werden und das Land in eine Einöde verwandelt wird. Denn der Herr wird die Menschen weit weg führen und die Verölung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Therapien und die Eiche beim Fällen noch ihren Wurzelstock beheben, es bleibt ein heiliger Samen als Wurzelstock. Ja, und viele deuten das halt in die Zukunft, ne? Also, viele Prediger sagen, das kommt erst sozusagen. Meines Erachtens ist das schon geschehen. Warum? Weil Jesus das auf sich bezieht. Jesus bezieht das auf sich selbst und nachdem Jesus gekreuzigt wurde und wieder aufgefahren ist in den Himmel, noch ungefähr 70 Jahre, glaube ich, war es später, da ist dann tatsächlich das eingetreten. Daher wird die Menschen weit weg führen. Die Juden wurden dann in die Verbannung geschickt. Und diese Verbannung hat, ja, gut 2000 Jahre angehalten. Und erst jetzt kommen sie wieder. ein kleiner Rest ist übrig geblieben, nicht einmal ein Zehntel. Ein kleiner Rest, ein Same. Und aus dem, wer hat den Samen gelegt? Wer ist der Same? Jesus. Also, Jesus hatte gesprochen gehabt, hier in Matthäus 13, Vers Abvers 10, der Grund für die Gleichnisreden. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Gleichnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer Überfluss haben, und wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Das hat Jesus direkt auf sich bezogen. Das, was in Jesaja 6 vorausgesagt wurde. Und er bezieht sich auch noch auf das und sagt, die Weissagung des Jesaja erfüllt. Ja. Ich habe dann hier noch so einen, da gibt es dann nämlich noch eine Parallelstelle dazu. Und zwar im Johannes 12 ab Vers 37 Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihm, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach, das mache ich später, wisst ihr, das ist genau die Situation, darum geht es. Vielen ist die Ehre bei den Menschen einfach wichtiger als die Ehre bei Gott. Obwohl damals schon etliche erkannt haben, dass der Herr tatsächlich der Christus ist, der Messias ist, haben sich dennoch nicht zu ihm bekannt, weil sie eben nicht aus den Synagogen ausgeschlossen werden wollten, weil sie Angst vor den Pharisäern hatten. Ja, und da können wir hier rüber, über dem genau ja und zwar wie kann man denn jetzt das Verfahren, wie kann man jetzt also herkommen und sagen, was können wir tun, was sollten wir tun. Hier steht in dem Wort von 1. Petrus 1, Vers 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, wie geschieht das nun? Die Pharisäer haben es ja vorgemacht. Ich habe von einer Bibel Übertragung gehört, Übertragung muss man sagen, ich glaube das ist die neue Übertragung mit Neue Neue Übersetzung ihr wisst das schon, schaut mal genau nach, fängt an mit Neue und da heißt es dann, wenn eure, wenn ihr euch nicht mehr anstrengt, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das ist schon heftig, aber das steht tatsächlich so in einer Übertragung drin. Ich kann das ja mal raussuchen, vielleicht tue ich es dann bei YouTube dann unten in den verlinken, wo es genau drin steht. Also, und die Pharisäer haben sich ja mächtig schon angestrengt, sie haben sich wirklich angestrengt und wir sollten es noch viel mehr betreiben. Dabei korrekt übersetzt das Wort eigentlich ganz anders lautet. Das heißt, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Genau darum geht es. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die weit über das hinausgeht, als das, was Menschen versuchen, um selber vor Gott zu bestehen. Und diese Gerechtigkeit ist die, die aus dem Glauben an Jesus und sein Evangelium kommt, die der Herr selbst geschaffen hat. Und das sehen wir dann, deswegen habe ich hier vorhin kurz abgebrochen beim Vorlesen. Da sagt nämlich Jesus dann, genau, Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Machen wir uns das mal wirklich, stellen wir uns mal wirklich vor, was er da sagt. Also wer an Jesus glaubt, der glaubt eigentlich gar nicht an Jesus, sondern an den, der ihn gesandt hat, an den himmlischen Vater. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, den himmlischen Vater. Ich bin als ein Licht in diese Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt rette. Und wenn jemand meine Worte hört, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gerichtet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum was ich rede, das rede ich so, wie der Vater mich gesandt hat. das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir wirklich darauf vertrauen, was Jesus gesagt hat und dass wir ihm nachfolgen, dass wir wie die ersten Jünger ihm Nachbar nennen. Wir folgen dem Herrn. Ja. Wisst ihr, da schreibt dann der erste Petrus in Kapitel 1. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteilgewordenen Gnade vorausgesagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus ihnen hindeutete. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selber, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt geworden ist, welche es euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hinein zu schauen, begehrten. Darum umgürtet euch die Lenden eurer Gesinnung. Seid mir, also ganz wichtig, unsere Gesinnung. Es ist undenkbar, also erstmal ist ganz klar, jeder, der zu Christus kommt und jeder, der von Neuem geboren ist, der ist nicht gleich sofort ein Erwachsener, sozusagen, sondern erstmal sind es Baby und dann gehören die Jünglinge und dann werden die Väter im Glauben. Und das heißt auch, dass die Erkenntnis nicht sofort mit einmal alles da ist, sondern stückweise. Was es aber nicht geben tut, dass man quasi, dass es zig verschiedene Glaubensrichtungen und Wege gibt. Also zum Beispiel der eine sagt, das muss so gemacht werden, 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 das ist Quatsch. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die, das was Gottes Wort sagt. Und diese Wahrheit, das ist jetzt nicht etwas, wo wir es alles mit einmal erkennen können vielleicht. Da müssen wir hineinwachsen, wir müssen lernen. Aber es kann nicht sein, dass quasi unterschiedliche christliche Strömungen sozusagen da sind. Zum Beispiel jetzt eine römisch-katholische Kirche sagt, wir sind die alleinige Heilsbräder und Dinge. laut Bibel gibt es gar keinen Papst, also ich habe noch keinen Papst gefunden in der Bibel. Aber einige glauben, dass das halt so ist. Und auch etliche beten dort diese sogenannte Gottesmutter an. Ich sehe das darin eher als eine Blasphemie, das ist eine Gotteslästerung. Weil nämlich, ich weiß, wir beziehen das auf Jesus, aber Gott besteht ja auch aus dem Vater und dem Heiligen Geist. Und der Vater und der Heilige Geist haben keine Mutter. Nie gehabt. Es gibt nicht unterschiedliche Sichtweisen der Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit, aber man muss es halt lernen, immer mehr erkennen. Die Erkennung ist stückweise, aber nicht unterschiedliche Wahrheiten, das gibt es nicht. Unsere Gesinnung soll der Sinn Christi sein. Wir sollen wie Christus gesinnt sein. Und wir sollen wirklich von Herzen einander lieb haben. Schaut, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhandelt. Das ist ganz wichtig, das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind zwar in der Welt, so wie auch der Herr sagt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind ausgesondert für Gott, das heißt im Prinzip das Heilig sein. Wir sind ausgesondert für Gott. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Unser Zuhause, ja, das ist, wir richten uns hier immer auch häufig so häuslich ein, aber unser Zuhause ist, sind die Wohnungen, die der Herr uns bereitet hat. Ich habe einfach mal, das ist schon, wie lange ist das jetzt her, vielleicht ein oder zwei Jahre, ich weiß das nicht genau, da habe ich einmal so darüber nachgesonnen und dann bin ich irgendwie, das war etwas Wunderbares und zwar das neue Jerusalem und da ist es mir so richtig bewusst geworden, so richtig total bewusst geworden, voller Liebe, wirklich so wunderschön beim Herrn dann zu sein, das ist der Hammer, ich sage euch, es ist einfach unbeschreiblich schön. Ja genau, denn ihr wisst ihr, denn ihr wisst ihr, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als einen makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euret Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, ganz wichtig, zu ungeheuchelter Bruderliebe, also nicht nur, ich muss jetzt den anderen lieben, damit ich halt das tue, was Gott sagt, nein, es muss eine wirkliche, eine echte Bruderliebe stattfinden. So liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrt und seine Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt wurde. Wisst ihr, das ist auch etwas, was auch im Alten Testament steht. Hier steht leider keine Querverbindung. Ich habe das aber im Alten Testament mal gelesen. Und zwar das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ja Wisst ihr, ich habe das dann, mir ist dann, als ich darüber so nachgesonnen hatte heute, da gedacht habe, da ist mir noch eine schöne Stelle eingefallen. Ein schöner Vers und der ist wirklich wichtig. Das müssen wir uns wirklich, wirklich innerlich im Herzen, wirklich im Herzen bewusst machen. aus dem ersten Korinther 1 Vers 30 Durch ihn, durch ihn, aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist entscheidend. Er Jesus ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ich habe eine, die die Predigten immer hört und sich anschaut bei Facebook, die hat dann, diese hat mir dann als eine Glaubensschwester dieses Bild hier gegeben und ich, das drückt es eigentlich auch sehr schön aus. Siehe das Opferlamm Gottes, das ist das Lamm, er selber sich ersehnt hat, das die Sünde der Welt auf sich nimmt und uns vor dem kommenden Zorn Gottes retten kann. Lass dich heute mit Gott versöhnen, kehre um von deinen Wegen und rufe den Namen seines Sohnes Sohnes Christus an zur Vergebung deiner Sünden. Denn der Herr spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier ist ein kleines Gebet dazu, dass man dazu reden kann. Und macht euch wirklich das bewusst, was hier steht im ersten Korinther 1,30. Er Jesus ist unsere Weisheit. Da gibt es ein schönes Lied. Das haben wir früher immer gesungen. Christi Blut und Gerechtigkeit. Also das ist ein sehr schönes Lied. Vielleicht kennt ihr das. Wie will man vor Gott bestehen? Allein Christi ist unsere Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Heiligung. Er ist meine Erlösung. Wie es auch geschrieben steht, an anderer Stelle, das habe ich jetzt nicht herausgedruckt, aber dieses Bewusstsein drin, dem aber, der Gottlose gerecht macht, wer an diesen glaubt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. All das ist unser Herr Jesus. Und wenn wir uns an ihn festhalten, ihm folgen, ihm glauben, dann haben wir das ewige Leben in Jesus. Und überlegt euch eure Stellung, die ihr in Christus habt. wir sind Glieder an seinem Leib und wir sind Bausteine in seinem Tempel, wo der Herr, der hohe Priester ist, in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der mächtige Gott, der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus. Amen. Dann mache ich mal die Aufnahme beenden.